Ja, weil wir uns vor einem Jahr entschieden haben, einen Malibu zu bestellen, vor acht Wochen ihn bekommen haben. Ja, das war eine Empfehlung eines schon lange Malibu-fahrenden Herrn, dem HW, den kennt glaube ich jeder hier, zumindest hier auf dem Platz. Und den haben wir letztes Jahr auf einem Campingplatz kennengelernt, da waren wir mit einem Mietmobil, das war ein ganz anderes Fahrzeug unterwegs. Und ja, dann hat uns das Auto so toll gefallen, sie haben uns alles gezeigt und dann haben wir uns da verliebt und dann sind wir nach diesem Urlaub nach Hause gefahren, sind zum nächsten Händler und haben bestellt. Also bestellt haben wir noch nicht, wir haben ihn uns angeschaut und dann auf der Messe bestellt. Also uns gefällt es sehr gut, es gibt natürlich immer ein paar Kleinigkeiten, die man gerne verändern möchte oder ergänzen möchte, aber insgesamt sind wir ganz verliebt und haben ihn ja auch schon getauft. Also unser Malibu-Wern heißt ja Seppl. Also die ausschlaggebenden Mehrwerte waren für uns definitiv das Bad, also dieses Raumbad, das hat uns super gut gefallen, da haben wir viel Wert drauf gelegt. Und die Betten, also diese Längsbetten und dann die gesamte Qualität, also auch die Optik und jetzt auch bei diesem Modell, was wir gekauft haben, diese freie Blickachse, das fanden wir einfach toll. Also fühlen uns sauwohl drin. Eine persönliche Nachricht, also wenn ich als Frau eine persönliche Nachricht mitgeben darf, baut bitte irgendwo noch einen großen Spiegel hin. Oh! Ich finde eine Gloryست und glaube ich, ganzורה. Oh! 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 Oh oh! Untertitelung des ZDF, 2020